Ich hab 2,5 Verspätung. Ich 4. Ich frag mich, wie ich da gleich rumkommen soll. Ja gut, neben mir steht keiner. Das heißt, das kann ich wohl noch schaffen. Ja gut, wär da jetzt ein Auto gewesen, wär das knapp gewesen. Ich hab hyper hyper, verstanden? Boah, ich hab so ne geile Idee, dass ich diese fiktive Bonkarte nicht baue, ne? Ja. Aber kann ich im Moment nicht umsetzen wegen meinen kleinen Problemchen im Home-Syreditor. Ja. Wenn's wieder funktioniert hat, hab ich bis dahin eh vergessen. Hallo. Ja. Wie immer. Ja. Weil ich wollte von dieser, also ich feiere gerade gut in der Strasse. Und ich sehe hier diese Häuserböcke, ne? Äh, ich... Wow, Alter. Ich wollte dann halt, ähm... von dieser Strasse... Der pisst mich grad ein bisschen an da hin. ...die da bei diesen Pennies, ne? Oder Nettos? Nettos war das. Die bei diesen Nettos, ne? Da haben wir uns halt, äh, ne Kreuzung von, äh, abzweigen lassen. Und in eine Siedlung rein, die dann wieder... die dann durch die Siedlung halt währt. Wo Häuserblätter stehen. Und dann wieder, äh, zurück auf die... Hauptstraße. Und bei mir fährt einfach... ein Auto. Boah, fett der Scheiße. Boah, heilige Scheiße, Mann. Ich hab grad Muttenstraße gelesen, oben, ne? Bei nächster Halt. Ja. Digger! Ich hatte Vorfahrt. Ich frag mich, warum das Lenkrad sich immer so verhakt. Guten Abend. Guten Abend. Deine Mutter. Deine Mutter. Ich bin grad Emma Straße abgefahren. Spandauer Straße. Spandauer Straße. Ich bin jetzt U-Bahnhof Spandauer Straße. Ich bin an diesem Hafen jetzt gleich. Heifer Ufer. Heifer Ufer. Guten Abend. Ja, Heifer Ufer. Ich hab da Hyper Hyper verstanden. Ich hab Hafen Ufer gelesen. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Vielsinner Straße. Hier ist es eine große Herausforderung. Hier ist es eine große Herausforderung. Hier ist es eine große Herausforderung. Los gleich privat eine Runde Glattschiff zu fahren. Glattschiff, ja, können wir machen. SP-20. Können wir machen. Schlosshaus. Ich bin bei meiner Oma vorbei. Können wir machen. Ich kann. Jetzt kriegen wir wieder Ärger von Kevin Nitschmann. Weil wir was über seine scheiß Map gesagt haben. Über seine scheiß Map. Aber gut, dass Sie besser können, ist er nicht? Ich werde mal kurz das Mikrofon umstecken. Obwohl nicht, was es so. Passt schon so. Oder was meint er? Du hast so ein bisschen leiser und dann ein bisschen lauter und dann klappt es schon. So. Dann mein Toe. Teile jetzt den Fahrradprodukauf auf deine Mutter gestellt. Einen Fahrradprodukern. und jetzt wollen warum sie immer so ist es wieder so kann man hallo sagen will die ist hier die guck des Verschiedenen Kameraden ich bin erfurter straße das auch glaube ich dreihalt stellen weiter da waren der gute konnte ich jetzt nichts machen was glaubst du passt auf den sb20 besser gelenkbus oder ein solo was passt auf den sb20 besser auf jeden fall gelenk oder ein solarus ich werde wahrscheinlich ein solarus so wie nur 18 fahren ich hasse den scania ich finde den eigentlich ganz geil schwammig ich hänge gerade so richtig auf halb acht ich stehe an der ampel immer noch in spandauer straße sind wir bald da mami 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 sagen wir nicht da komisch dass er jetzt nicht gesagt hat halt die fresse josh ist das bei dir auch so dass sie manchmal einfach über rot fahren ich glaube das liegt daran wegen den feuerwehrautos ich habe teilweise gar keine feuerwehrautos hinten dran die sind doch nicht mehr ganz knusper hier guck dir das doch mal an hier schon lang grün da sind doch halt nicht mehr ganz knusper hier guck mal hier noch einer ich hatte gerade fünf auf einer kachel ich habe jetzt auch sechs sieben stücke auf der kreuzung der hauptbahnhof promenade der hauptbahnhof promenade der hauptbahnhof Die sind nicht mehr ganz knusper, Alter. Ich werd wahnsinnig hier. Dieser Moment, wenn dir auffällt, dass du, also dass OBS gar keinen Ton aufhängt. Na geil. Egal, dann kommt es halt als Speed-Video. Der Moment, wenn dir auffällt, dass mehr Krankenwagen auf der Kachel sind, als normale Autos. Nimmt halt generell keinen Ton auf. Hauptbahnhof. Diese Fahrt endet dort. Du bist da jetzt eigentlich am Hauptbahnhofplatz sein, oder? Ja, bin schon am Hauptbahnhof. Ich bin ja erst an der Viersimmerstraße. Der Bus war sehr voll. Meiner ist auch voll. Ich bin ja erst an der Viersimmenstraße. Ich bin ja erst an der Viersensparen, wie ich als Schatz-R impacte und ich bin. Vielen Dank. Vielen Dank. Na, schon an der Promenade da am Hauptbahnhof. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, ist der Herr schon fertig? Äh, dritte Kennstraße. Nee, Alter, jetzt bleibt der Wagen so stehen. Jetzt habe ich den fast 100 Meils umgestellt. Nee, das reicht. Tut mir leid, aber nee, das schreibe ich heute nicht mehr. Ach, ich würde an der Stelle sagen, ich würde an der Stelle sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs zahlreich erscheinen und bis zur nächsten Folge, bis denn Antenne. Tschüss. Tschüss.